Und dann kann man mit dieser Schraube, die dann auch noch angezogen wird und dann kommt der Volk und dann zieht das auf die anderen Sachen durch und so hat man auch als Gesamtdeutschland sozusagen einen Volk. Weil dieser Volk ist ja nicht nur für eine, sondern ist für die gesamte Deutschland auch. Wenn Medaille gemacht wird, ist es ja nicht so, dass die ÖNRW den macht, sondern das ist ja Deutschland. So der Siegerung hat man die deutsche Fahne und nicht die ÖNRW-Fahne. Und das wünsche ich mir, dass halt in Zukunft das auch so gesehen wird. Jetzt ist der Taekwondo-Sport sicherlich eine Frage der richtigen Technik. Gar keine Frage. Aber eben halt auch viele Sachen, die im Kopf ablaufen in Sachen Psychologie. Und ich glaube, das wäre dann wirklich ein Punkt, wenn man diese Schellschraube vernünftig drehen würde, wo man sicherlich ohne ein großes Dazutun viel, viel mehr Erfolg wieder haben würde. Absolut. Also gerade wenn du, wenn ich nutzen darf, gerade bei internationalen Turnieren, also Europameisterschaft, Weltmeisterschaft Olympia, also da entscheidet sich, wenn du da reingehst auf die Fläche, da entscheidet sich zu 70 Prozent alles im Kopf. Also wer da psychologisch stark ist, der wird durchgehen. Wer da gut vorbereitet für sich, aber den Kopf nicht da hat, der wird auch nicht durchkommen. Und das ist meine Institution, dass ich sage, gerade bei den Kadetten, wo die Heimtrainer ja täglich mit denen ja gearbeitet haben, wo das Vertrauen da ist, dass die halt bei den letzten fünf, zehn Prozent, das ist ja auch, ein Kind ist ja nicht so wie ein Jugendlicher, das sind ja 15, 15, 15-Jährige, das ist ganz anders, als wenn man 16, 17-Jährige hat. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man, da die, da haben wir Medaillen, denke ich, mehr verloren, weil einfach das nicht umgesetzt worden ist. Und das wünsche ich mir für die Zukunft. Und das ist nur ein Ratschlag von mir, eine Empfehlung und ob das dann später umgesetzt wird, ich hoffe. Aber ich wünsche mir, dass natürlich, wie gesagt, wir leben das alle, wir praktäglich dazu arbeiten. Aber ich würde mir wünschen, wenn Deutschland natürlich auf dem Podest erscheint, wo es drin gehört, das Know-how, wir haben viele Wettkämpfe, wir haben viele Vereine, aber international müssen wir uns besser aufstellen. Und das kann nicht sein, dass Deutschland halt in die Medaillenränge nicht so kommt, wie es eigentlich sein soll. Aber da wünsche ich mir halt in Zukunft, dass es auch besser läuft. Das wäre mehr als wünschenswert. Hast du noch ein paar Minuten? Ja, natürlich. Dann würde ich mich ganz gerne einen Punkt vielleicht noch zusätzlich ansprechen. Wir haben immer wieder dieses Phänomen im sportlichen Bereich, es werden Talente einfach nicht erkannt. Ganz einfach, weil gerade in diesem Bereich hier im Taekwondo-Sport, das nach außen gar nicht so getragen wird oder getragen werden kann, wie auch immer, durch gewisse politische Umstände oder sportpolitische Umstände. Aber wenn wir mal über den großen Teich hinaus blicken, die Amerikaner leben diese Sportart auch ganz anders, wie viele andere Sachen übrigens auch. Die haben den entsprechenden Show-Effekt. Ist es das, obwohl Deutschland ja gar nicht zu diesen Show-Events gehört oder zu den Show-Bakern, aber ist es vielleicht genau das, was uns fehlt? Ja, du hast einen Punkt natürlich, der auch immens wichtig ist für unsere Sportart. Also man muss ja diese Sportart gut verkaufen, man muss auch denen was anbieten. Zum Beispiel gerade hier, auch dass ein Livestream da ist, dass außerhalb auch das angeschaut werden kann, wie das hier auf diesem Turnier. Nachwuchsmeisterschaft mit Livestream, also das ist ja eigentlich, ich glaube, das ist wahrscheinlich Premiere. Ja, ja, ja. Und das ist enorm, wie du sagtest. Und das hat nicht jeder Meisterschaft. Es gibt Meisterschaften, da wünscht man sich das. Und das ist schon mal zum Beispiel der erste Punkt. Das zweite ist natürlich auch, dass nachher nach einer Sigerung, ja, dass hier auch die Kinder den Wert bekommen. Ja, den haben wir ja hier, ne? Ja, das ist ja auch hier natürlich. Genau. Und dass nicht die Medaillen auf der Kampffläche dann verteilt werden. Also ich denke mir, dass zum Beispiel das eine Anerkennung hat. Ja, oder auch auf dem Turnier, das ist eine Laura Göbel, die eine Bronze-Medaille gewonnen hat, dass sie geehrt wird, dass sie kriegt diese Anerkennung. Sie ist jetzt gerade erkannt worden von den ganzen Kids. Und die wollen auch mal, ja, gerade auch mal so, boah, ich möchte gerne auch mal wie Laura mal eine Bronze-Medaille oder vielleicht höher auch. Und das war eine super Sache, dass man hier sie geehrt hat. Und bei dem Nachwuchs, dass die Kinder oder den Nachwuchs sie kennengelernt haben. Und das sind so kleine Anreize, die dann natürlich auch das Ganze auch motivieren. Oder hier auch die Ausrichtung, dass alles reibungslos verläuft. Auch, dass man gerade hier auch, gerade was VIP angeht, oder auch die, die ganz, also das gefällt mir. Ich finde, das haben die super gemacht. Da muss ich Lob an die Wuppertaler hier, an den Verein und an die Organisatoren. Und das musst du auch natürlich die Eltern und das, die ehrenamtlich da viel tätig sind. Und genauso auch jetzt das mit den Interviews auch hier, wo man natürlich auch vieles nach außen transportieren kann. Und das ist genau das, wovon die Sportart leben muss. Und um medial einfach präsent zu sein. Und das wünsche ich mir, dass es halt weiter ausgebaut wird. Und ich wünsche natürlich viel Erfolg den Teilnehmern heute. Und dem Wuppertaler Verein, wie gesagt, eine super Vorbereitung und gute Organisation. Kann ich nur sagen, Hut ab! Das geben wir auf jeden Fall so weiter. Ich sage dir erstmal vielen herzlichen Dank. Laura wird übrigens gleich auch noch bei uns sein. Die hatten wir schon so ein kleines bisschen mit ins Boot genommen. Und so ein Trainer von hier, der Ale Carlos, der natürlich auch, das ist so, der war mit mir Bundestrainer, der natürlich auch, man sieht, dass die Arbeit hier, die gemacht wird. Ja, an den Laura, die tagtäglich mit ihm zusammengearbeitet wird und wo die jetzt steht. Ja. Und das wird noch besser noch. Also wir freuen uns auf jeden Fall auch auf die nächsten Jahre in der Hoffnung, dass sich wirklich an den einen oder anderen kleineren Stellen und später vielleicht auch an den größeren Stellen ein bisschen was bewegt. Ich bin mir da sicher auch, dass es auch so läuft. Alles Gute, Taki. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Und ich glaube, du bist den ganzen Tag heute noch hier, ne? Ich versuche, ja. Ich habe auch ein paar Kämpfer hier, die ich auch mal unterstütze. Und so mein Verein ist auch hier, der Otizio Bonn. Und ich freue mich da, hier zu sein. Herzlichen Dank und viel Spaß an diesem Sonntag. Liebe Freunde, wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und werden uns dann so in den nächsten fünf bis zehn Minuten mit dem nächsten Interview wieder zurückmelden. Danke. 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 Danke, 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 Danke. Danke, Danke, Danke. Danke, 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 Danke. Ja, gut, gut. Ich bin ein guter. Gut, gut. Drei, die kanten. Zweige Kanten, Micha. Drei Kanten. Gut, gut. Gut, gut. Hauw ihr Dekking. Dekking hoch. Dekking hoch. Auflögt. Eén, twee. Gut. Eén, zwei. Pfam, pam. Lasst uns rein. Eén, zwei direkt. Auflögt. Eén, zwei. Lasst uns rein. Push. Pfam, pamm. Gut. Harder. Nachdenken, nachdenken, nachdenken. Aufpassen, voilà, gut, so. Rek in dich, aufpassen, nicht klar. Komm mal, bitte. Kommt nicht, ja. Komm mal, bitte. Okay, hopen we niet. Dann lassen wir er gleich in hoch. Also, ich kon corona und ich watervoet da in, woad ich mich hin und so zu sehen. Und bam! Als ich wegdoe, kann ich nichts mehr zeigen. Snak years? Durch. Durch. Geh. Ja, Mann. Hey! Gut. Guten Tag, gut. Ja, gut. 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 Gut so, gut so, weiter, attacking, 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 was, die Haare? Ja, nicht genau, Herr. Der Technik, das kann nun mal eben halt alles vorkommen. Wir haben vor rund einer Dreiviertelstunde eigentlich mit unseren Interviews und unserer Vorstellung dieses Turniers begonnen. Leider gab es technische Schwierigkeiten und die einen oder anderen werden es gemerkt haben, der Stream hat mitten in einem Interview vorhin eingesetzt mit Aziz Ajaki, als wir dort im Gespräch waren. Und Antonio Barbarino zum Beispiel, das erste Interview, was wir hatten, das ist leider an euch gar nicht rausgegangen. Wir versuchen aber, dass wir ihn vielleicht nochmal animieren können, nochmal zu einem weiteren Gespräch uns dann zur Verfügung zu stehen. Hoffen, dass das noch funktioniert, weil er eigentlich vorhin schon gesagt hat, so lange ist er nicht hier. Irgendwann im Vormittag, ganz frühen Mittagbereich wird er sich aller Voraussicht nach dann auf den Weg machen müssen zu weiteren Terminen, die sich rund um den Taekwondo-Sport bemühen. Jetzt sagen wir erstmal an dieser Stelle ganz offiziell herzlich willkommen in Wuppertal, herzlich willkommen zum Taekwondo-Turnier, das wir jetzt hier in der altehrwürdigen Unihalle ausrichten über die Taekwondo-Sportschule Wuppertal, die als Hauptausrichter mit der Sportstadt Wuppertal zusammen sich dieses Events hier angenommen hat. Im letzten Jahr noch in der Sporthalle in Kühlenhahn unterwegs gewesen, da drohte aber die Halle so ein kleines bisschen aus allen Nähten zu platzen. Und so hat man sich für dieses Jahr entschieden und hat gesagt, wir gehen in die Unihalle, dort wo ja schon viele, viele große Events stattgefunden haben und auch immer noch stattfinden. Man denke da beispielsweise an die Hallenstadtmeisterschaft, die hier in Wuppertal jährlich im Januar ausgetragen wird. Wir werden auch im nächsten Jahr dann hier einen Boxkampf erleben, den wir euch auch noch im Laufe des Tages heute präsentieren wollen, in nicht allzu klarer Zukunft, nicht im Boxkampf, sondern um was es eigentlich dann nächstes Jahr im März geht. Wir hatten beispielsweise zur Eröffnung der Unihalle ganz in den frühen Jahren, Mitte der 80er Jahre, ein Tennisturnier hier in der Sporthalle, bei der keine geringere als Steffi Graf sogar noch hier Tennis gespielt hat. Also von daher rein, die Unihalle hat schon ihren Reiz, hat schon am Fuße der Uni in Wuppertal nicht nur seine Daseinsberechtigung, sondern ist auch eine sehr, sehr groß angesehenes Event-Location, die wir Ihnen hier letztlich dann präsentieren. Auf drei Matten wird gekämpft und diese drei Matten sind ja im Stream dann auch abrufbar, beziehungsweise werden ja auch im Main-Slot sozusagen dann immer wieder mal angeswitcht. Auch wir werden uns im Laufe des Tages immer wieder mal an die Matten, so hoffen wir jedenfalls, heranbegeben können, um dann vielleicht mal den einen oder anderen Kampf ein bisschen näher begutachten zu können. Mir sei vielleicht noch eine kleine Entschuldigung gestattet, denn ich habe mit dem heutigen Tage tatsächlich auch meine ersten Berührungen mit dem Taekwondo-Sport. Insofern mögen vielleicht einige Fragen, die ich an Interviewpartner stelle, dem einen oder anderen, der jetzt draußen am Stream sitzt, sagen, wie kann der so eine Frage stellen, das muss man doch wissen. Ja, das kann man wissen, aber wenn man zum ersten Mal bei einer solchen Veranstaltung dabei ist, dann möge man es mir nachsehen, wenn ich es vielleicht auch noch nicht unbedingt weiß oder gewisse Dinge einfach nicht einschätzen kann. Und genau deswegen werde ich auch garantiert nicht alleine an die Matten rangehen, sondern werde mir diesbezüglich dann immer jemanden zur Seite holen, der auch so ein kleines bisschen mit erklärt. Also, Premiere an vielen Stellen. Auch die Taekwondo-Sportschule Wuppertal hat ihre Premiere, nämlich in der Unihalle hier in Wuppertal. Wir freuen uns auf den weiteren Ablauf des heutigen Tages, der vor ungefähr einer Stunde begonnen hat. Viertel vor elf war es, glaube ich, als die ersten Kämpfe dann hier tatsächlich auf den Matten losgingen. Wir sind also schon mittendrin im Geschirr. Vielen Dank. Vielen Dank. Deswegen wird es immer wieder mal zwischendurch Phasen geben, die sich im Bereich zwischen fünf Minuten und vielleicht auch schon mal 20 Minuten erstrecken werden, in denen dann mal nicht von hier aus kommentiert oder gesprochen oder moderiert wird. Und dann gibt es aber eben halt auch die Phasen, in denen wir die Interviews führen, in denen wir ein kleines bisschen Berichterstattung als solches betreiben wollen und euch natürlich, sofern ihr vielleicht neu im Stream und neu auch mit dem Taekwondo-Sport im Zusammenhang steht, ein bisschen näher dieses Sport abbringen wollen. In diesem Sinne, jetzt haben wir zum Beispiel die erste kurze Pause, die wir einlegen wollen bis zum ersten Interview oder zum nächsten Interview, das wir dann führen wollen. Und so melden wir uns dann, ich denke mal, in den nächsten fünf bis zehn Minuten bei euch mit neuen Informationen und neuen Gästen wieder zurück. Vielen Dank. 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 Bye. Vielen Dank. 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 Ich wollte sagen, du kommst jetzt vom Team Iserlohn und bist jetzt hier in quasi der Funktion, die man für ein solch junges Mensch als Coach, aber das ist im Taekwondo-Sport auch nichts Ungewöhnliches, dass also die erfahrenen Kämpfer und Kämpferinnen sich auch um den ganz kleinen Nachwuchs kümmern. Ja, auf jeden Fall. Man sieht ja auch direkt vom eigenen Kampf auch, was man dann umsetzen könnte, was man verbessern kann. Wenn man Erfahrung hat, dann geht das auch gut, die Kleinen zu coachen. Auf jeden Fall. Jetzt bist du sicherlich auch schon in der glücklichen Lage von internationalen Wettkämpfen berichten zu können, weil du halt eben selber schon bei WM und EM-Kämpfen mit dabei warst. Welchen Stellenwert nimmt der deutsche Taekwondo-Sport im Verhältnis zum internationalen Bereich überhaupt ein? Sind wir da sehr weit zurück? Also zur Zeit sieht es nicht so gut aus. Wir waren früher mal besser, wo ich noch in der Kadettenphase war. Inzwischen ist es immer schlechter geworden. Und dann gehst du jetzt zum Beispiel bei der Euro haben wir gerade mal vier Medaillen geholt. Und wenn man das mit den anderen Ländern vergleicht, zum Beispiel Russen oder sowas, die sind da natürlich viel weiter voraus. Die nehmen aber auch mehr Teilnehmer in den Gewichtsklassen mit. Also so ist es nicht. Kann es vielleicht sein, ich hatte vorhin mit Asis Ashaki darüber gesprochen, dass sicherlich auch ein ganz großer Punkt dabei ist, dass ich sag mal in Anführungsstrichen die falschen Trainer mitgenommen werden. Weil er sprach davon, dass es in anderen Ländern so üblich ist, du hast zwar die Bundestrainer, hast aber deinen Personal Coach aus der Liga quasi auch noch mit dabei. Das fehlt bei uns. Ist das vielleicht ein sehr entscheidender Faktor? Ja, teilweise ist es auch echt besser, wenn man seinen Heimtrainer hinterm Rücken hat, weil der genau nochmal auf einen eingehen kann, genau weiß was man macht. Die Bundestrainer versuchen dann zu schauen, aber sie wissen auch nicht genau, wie man kämpft. Wie derjenige tickt. Ja, genau. Also ich bin ja schon seit drei Jahren im Kader und inzwischen hat sich der Bundestrainer gut auf mich einstellen können und inzwischen klappt das auch super mit denen. Aber bei den Neueren klappt es halt auch nicht so gut. Jetzt muss man sich das natürlich auf der einen Seite vorstellen, dass man einen Trainer an seiner Seite hat, der einen mit begleitet bei den Wettkämpfen. Auf der anderen Seite spielt aber natürlich auch das Training eine ganz entscheidende Rolle. Natürlich. Inwieweit ist man da in Anführungsstrichen verhaftet, mit dem eigenen Trainer zu arbeiten oder auch sich selber zu trainieren? Also mein Trainer hat nicht immer Zeit für mich zur Zeit. Er hat jetzt auch noch eine andere Berufung und daher muss ich auch gucken, dass ich selber trainiere und klarkomme. Beispielsweise bin ich vor der Europameisterschaft täglich vor der Schule laufen gegangen, um meine Konditionen zu stärken. Oder ich gehe auch selber zweimal wöchentlich bis dreimal wöchentlich ins Fitnessstudio und Krafttraining, weil ich selber weiß, dass ich das einfach brauche. Die viel zitierte Muckibude, aber die gehört halt einfach mit dazu. Radfahren oder ähnliches, bringt das auch noch was? Ist das auch so Sachen, die man dann vielleicht über verschiedene Zeiträume oder Schwimmen gehen dann auch noch mit ins Boot nimmt, im wahrsten Sinne des Wortes? Ja, jedes hilft seine eigene Weise. Zum Beispiel Radfahren, Cycling bringt Kraftausdauer. Ich habe es früher auch mal gemacht, inzwischen gehe ich halt eher laufen. Aber jede Sportart bringt irgendwie schon was. Also ja, sehr vielfältig. Als Drittplatzierte einer EM und Drittplatzierte von WM, wie können die persönlichen Ziele in Zukunft aussehen? Also natürlich eine bessere Platzierung auf der WM und EM zu holen. Ich bin ja dann nächstes Jahr bei den Senioren, da wird es nochmal schwieriger für mich. Dann gucken, dass ich halt da gut reinkomme und am besten direkt wieder mit zu Euro und Sonstiges genommen werde und natürlich später dann Olympia. Also 2020 werde ich wahrscheinlich noch nicht schaffen, aber ich habe die Hoffnung auf 2024. Das wäre nämlich die große Frage gewesen, Thema Olympia. Wenn man als so junger Sportler, junge Sportlerin wie du, auf dieses Thema blickt, wo schaut man mit Ehrfurcht hin? Auf ein EM-WM-Festival oder tatsächlich auch auf die Olympiade? Also es ist alle inzwischen, wenn es die, also als es noch die erste EM und WM war, ist es natürlich ein total gutes Erlebnis. Man freut sich, aber hat auch ziemlich viel Druck und gestresst und alles Mögliche. Also wenn man das erste Mal auf einer EM war, ist es schwierig. Ich habe auch meine ersten Europameisterschaften nichts geholt, weil wahrscheinlich auch es lag auch am Druck und sowas. Aber inzwischen, wenn man sich daran gewöhnt geht, ist es total. Also inzwischen schaue ich eher mit Ehrfurcht auf die Olympiade. Gibt es eigentlich für dich eine Lieblingsrivalin, die du auf der Matte hast? Also es gibt Rivalinnen, mit denen ich mich wirklich immer ziemlich zoffe auf den Kämpfen. Zum Beispiel, ich habe eine Rivalin aus Belgien, gegen die wäre ich auch fast auf der Europameisterschaft angetreten. Leider hat sie den Vorkampf verloren, sonst wäre ich nämlich mit ihr in den nächsten Kampf gekommen. Und hätte ich gegen sie gekämpft, hätte ich mir sehr gut vorstellen können, dass es ein sehr spannender Kampf gewesen wäre. Weil wir zwei sehr verschiedene Kampfstile haben und die sich aber beim Kämpfen dann wiederum gegenseitig so alles nehmen und es wäre wirklich ein sehr interessanter Kampf geworden. Ist es genau das, was eine Sportlerin im Taekwondo-Bereich dann am liebsten hat, dass man gegensätzliche Kampfarten hat oder Kampftechniken hat, weil man sich dann nicht gegenseitig neutralisiert? Ist es genau das, was den Reiz ausmacht? Ja, ich finde es wirklich besser, wenn ich gegen jemanden kämpfe, der nicht den gleichen Kampfstil hat wie ich. Weil ich bin eine Person, die arbeitet sehr mit dem Vorderbein und wenn ich dann jemanden habe, der auch mit dem Vorderbein arbeitet, dann wird es halt langweilig. Dann kommt halt der durch, der mehr die Kraft hat. Aber interessant wird es dann nicht vom Kampf her. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen hinblicken auf die verschiedenen Turniere, die es ja sowohl national wie auch international gibt. Gibt es irgendein Turnier, bei dem du sagst, das fahre ich für mein Leben gerne hin, möchte ich nicht mehr missen? Von den internationalen Turnieren. Ja, generell. Also ich fahre sehr gerne jedes Jahr in die Türkei. Also auch, um das da zu genießen, weil wenn, dann sind wir meistens eine Woche da. Und ja, da zu kämpfen und sowas, da sind dann auch, also die Russen zum Beispiel, die sind sehr selten auf Turnieren vertreten. Und die sind dann auch auf diesem Turnier vorhanden. Und dann ist es auch mal interessant zu sehen, wie man gegen die kämpft als Vorbereitung für die EM. Weil meistens sind sie halt nur auf den beiden Turnieren vertreten. Und dann kann man die Gegner noch nicht so gut einschätzen. Und so an sich auch die Entspannung danach auf dem Turnier in der Türkei ist auch total gut. Also es ist dann quasi mit den Russen sowas wie der Überraschungseffekt bei den großen Turnieren dann kommt. Ja, auf jeden Fall. Lass uns vielleicht auf ein Thema eingehen, was, ich hatte das vorhin auch mal in einem Interview kurzzeitig erwähnt, gemeinhin sollte man meinen, dass ein sportlicher Wettkampf oder eine Sportart grundsätzlich erstmal mit finanziellen Investitionen zusammenhängt. Jetzt kann man sagen, Taekwondo-Sport, was brauche ich? Ich brauche meine Sachen, die ich anziehe. Ich habe meinen Gürtel, den kriege ich aber anhand meiner Erfolge. Mehr ist da nicht. Aber dem ist nicht so. Nein. Also allein die Startgebühren und sonstiges auf den Turnieren kostet total viel Geld. Dann ist es bei der Sportart auch noch so, dass man wenig national kämpfen kann, wenn man erfolgreich werden will, sondern sehr viel international kämpfen wird. Ich habe, glaube ich, zehn verschiedene Länder, die ich im Jahr abarbeiten muss, mindestens. Und da kommt wirklich sehr viel Geld für die Flüge, für die Hotelkosten und alles Sonstige zum Start, weil du alles selber zahlen musst, außer du bist halt für das Nationalkind da. Aber um erstmal ins Nationalkind zu kommen, musst du halt da starten. Wie stellt man sich das dann vor? Wie stemmt man das? Ich meine, du kannst ja jetzt nicht 24 Stunden arbeiten gehen oder 40 Stunden in der Woche, um das zu finanzieren. Ist man auch auf der Suche nach Sponsoren? Ja, auf jeden Fall. Also Sponsoren sind wirklich sehr hilfreich in dem Sport. Meine Eltern haben beide auch viel gearbeitet dafür. Mein Vater hat sogar Extraschichten gemacht, dass ich auf einigen Turnieren teilnehmen konnte. Da bin ich meinen Eltern auch wirklich sehr dankbar für, dass sie das alles für mich getan haben. Das Gute ist, inzwischen kriege ich auch selber eine sportliche Förderung, eben weil ich diese Erfolge gebracht habe. Und die bringen mir dann auch einen großen Nutzen, um weiterhin so viel auf Wettcamp zu starten. Also gesetzt den Fall, es schaut uns jemand jetzt zu im Internet, der dann auch der Meinung ist, Taekwondo-Sport ist eine Sportart auch für die Zukunft. Das sollte man ja durchaus mal in Betracht ziehen, dass man das Ganze noch ein bisschen mehr pusht. Und vielleicht das vermeintlich mit größte, hoffnungsvollste Talent Deutschlands ein bisschen zu unterstützen, Laura Göbel. Wir mögen sich dann bitte gerne entweder ans Team Iserlohn wenden oder direkt an Laura oder an den TU-Verband, TU NRW, wo auch immer. Aber also in dieser Richtung sind Sponsoren sicherlich herzlich willkommen. In diesem Sinne sage ich erstmal dir vielen herzlichen Dank, Laura, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du wirst jetzt gleich schon wieder raus, weil das nächste Coaching steht an. Ja, vielen Dank. Ich danke dir, toi, toi, toi für die Zukunft, alles Gute und dann werden wir uns sicherlich hier heute noch ein paar Mal über den Weg machen. Ja, klar. In diesem Sinne machen wir eine kurze Pause und kommen gleich mit dem nächsten Interviews wieder zurück. Ich danke dir, ich danke dir. Vielen Dank. 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 Ja. Ja. ... Ja. ... 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 wrai ... ... ... ... ... ... Ja, da hinten haben wir noch... Ach, guck mal! Da hinten, da waren sie doch. Da kamen dann die Nächsten, die wir noch mitnehmen wollten. Und da blicken wir auf den Zettel, den ich hier in der Hand habe. Ist er da drauf? Nö. Das ist eigentlich der falsche Zettel, ne? Ja, das sind nämlich die Kampflosen, deswegen. Ha, siehste? Dann nehmen wir doch die, die auf dem Zettel draufsteht. Aber wo ist die Zweitplatzierte? Die fehlt uns dann natürlich. Müsst du doch noch ein Augenblickchen warten. Denn doch so alleine auf dem Podium ist ja wahrscheinlich auch nicht so schön, ne? Aber Lea, vielleicht können wir mal ganz kurz drüber sprechen. Jetzt hast du deinen ersten geilen Kampf heute hinter dich gebracht. Glücklich über den Sieg? Ja. Hat Spaß gemacht, oder? Ja. War es schwer oder hat dir deine Gegnerin es doch ein bisschen leichter gemacht? Oder musst du so viel kämpfen? Also ging, also... Du bist auf jeden Fall gut nass geschwitzt. Man schwitzt ganz schön dabei, oder? Ja. Das denke ich mir. Demnach hast du dir gleich auch deine Dusche verdient, aber erst gleich. Erst wollen wir nämlich die Siegerehrung machen. Und werden also dann irgendwann auch den Zettel wieder zurückkommen. Jetzt ist der Martin mit dem Zettel abgehauen. So kann das gehen. Der ist jetzt irgendwo da hinten verschwunden. Ach, da kommt er wieder. Wollte sagen, der ist verschwunden und sucht jetzt deine Konkurrentin. Hat es aber scheinbar nicht gefunden. Also nicht, dass sie oder ihr jetzt draußen am Stream glaubt, wir wären jetzt eingeschlafen in der letzten Zeit. Wir haben jetzt ungefähr anderthalb Stunden lang das Ganze doch mal ruhen lassen, weil wir gedacht haben, wir könnten mit der Siegerehrung vielleicht ein kleines bisschen eher beginnen. Waren uns also über den zeitlichen Ablauf nicht so ganz im Klaren und haben dann gesagt, dann warten wir lieber mit den Interviews, um da nicht irgendwie dann mit den Ehrungen hinterher reinzuplatzen. Das hat halt eben zur Folge gehabt, dass wir doch eine ganze Menge an Zeit letztlich wieder verloren haben. Wir schalten derweil auch mal das Bild wieder für euch für den Augenblick erst mal um. Gleich zur nächsten Ehrung gibt es dann selbstverständlich auch die Bilder wieder von hier. Und haben... Ah, okay. Gut, also ein bisschen Zeit haben wir noch, weil die Konkurrentin wird dann gleich auch hier unten sein. Wird sich dann hier unten auf dem Ehrungspodest einfinden oder am Siegerehrungspodest. Dann, wie gesagt, schalten wir auch das Bild wieder zurück. So lange darf also dann auch das Bild von den Kampfmatten erfolgen. Martin, du kannst mir ruhig mal in den Zettel schon wieder gehen, sonst stehe ich gleich ziemlich ratlos da. Genau. Und jetzt habe ich dich vorhin sogar schon zur Siegerin gemacht. Dabei warst du auf dem Zweitplatz. Aber ist ja auch schön, mal als Siegerin interviewt zu werden. Siehst du, das wäre mal schön gewesen, wenn wir das noch hätten besprechen können. Aber gut, gibt noch ein paar weitere Turniere und dann wirst du irgendwann auch mit Sicherheit ganz oben stehen. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Vor allem, wenn es jetzt schon so knapp war, dann hast du bald Karten auf deiner Seite. Also, wie gesagt, nicht, dass wir glauben, wir werden eingeschlafen hier oder haben Sendepause gehabt. Nein, die Bilder waren ja auch von den einzelnen Matten, von den Kampfmatten, im Stream übertragen. Und wir werden nach dieser Siegerehrung dann auch versuchen, noch den ein oder anderen Interviewpartner wieder zu bekommen. Das Ganze aber, wie gesagt, wird dann mit etwas gebremstem Schaum dann sein, weil sich dann auch natürlich die Siegerehrungen der weiteren Kämpfe, die dann abgeschlossen sind, immer wieder mit dazugesellen werden. Und so werden wir dann so ein kleines bisschen das Pingpong-Spiel betreiben. In Sachen vielleicht doch Informationen mit Interviewpartnern oder eben halt gegebenenfalls mit den Ehrungen. Nö, ist nicht schlimm. Komm ruhig vorbei, Bild ist noch offen. Also im Moment haben wir kein Endbild vom Siegerehrungspodest, deswegen können wir da jetzt ruhig die Bilder machen. Nur mal so zur Information für alle diejenigen, die im World Wide Web jetzt gerade draußen zugeschaltet sind. Also hier auf dem Podium spielen sich gerade dramatische Szenen ab, weil die TSG Eschweiler mal im komprimierten Gesamteindruck sich dann mal auf die Eins gestellt hat. Während draußen auf den Matten weiter gefightet wird. Und wir halt noch darauf warten, dass auch unsere Nächsten zu Ehrenden dann hier Einzug halten. Aber wie gesagt, ist alles noch ein kleines bisschen mit kleineren Wartezeiten verbunden. Sollte aber, ah, da haben wir sie dann jetzt doch beieinander, glaube ich, ne? Das war dann Jugend C, Mädchen bis 47 Kilo, richtig? Ja, gut, dann kommen einfach mit hier rüber. Ich rufe euch jetzt auf. Wir beginnen auf dem zweiten Platz in dieser Kategorie, die wir gerade angesprochen haben. Vom LSG Taekwondo-Team aufs Treppchen. Herzlichen Glückwunsch, Lea Lailani, richtig? Okay, war richtig. Winkelmann, auf jeden Fall der Nachname. Auf die zwei. Herzlichen Glückwunsch, Lea. Zu Platz Nummer zwei. Wir haben es gehört, ein einziger Punkt hat ihr gefehlt, um zumindest den Ausgleich zu schaffen. Und dieser eine Punkt hat am Ende geholfen, um als Siegerin jetzt gleich auf dem Podium oben drauf zu stehen. Kann man das Bild bitte ganz schnell umschalten? Dann haben wir nämlich jetzt, ach, guck mal, jetzt haben wir auch Lea zum einen im Bild, zum anderen kommt unsere Siegerin dieser Klasse noch mit dazu. Vom TKD Center Iserlohn. Herzlichen Glückwunsch, Antonia Lischka. Auf die eins mit ihr. Siegerin. Wie gesagt, ein Punkt hat am Ende ausgereicht. Ich glaube, den Kampfdien habe ich mir sogar komplett angeguckt. Das war gelb gegen grün-blau. Das war so ein, kann ich mich noch gut daran erinnern. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Wie gesagt, die nächsten Auflachen bei den nächsten Podieren. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und somit geht mein Blick in Richtung in Richtung Martin. Schöpfe und möglicher weiterer Ehrungen, die jetzt im Moment dann nicht anstehen. Dann würde ich von dieser Stelle aus sagen, wir lassen euch jetzt mit den Bildern der Kampfmatten für den Augenblick alleine und melden uns dann natürlich sofort wieder zurück, sobald wir die nächsten Ehrungen dann hier anstehen haben. Damit wir da nicht so einen großen Zeitverzug drin haben, lassen wir dann die Interviews jetzt von dem Moment erst mal bis auf weiteres dann noch sein. Und dann werden wir, wie gesagt, sofort wieder zurück sein, sobald die nächsten Ehrungen anstehen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank. 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 ... 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 Aber was er dann aber auf der einen Kast? Ja, der zweiten, der der andere das, was die immer noch eine Kast, aber der der andere die bäumen und ich auch noch gehalten. Ich hab auch noch... Ich hab auch noch... die ist von derde die Kast, denke ich. Ich hab noch die Bestand, ich hab auch noch eine 3e Kast plus. Weil ich habe auch eine 3e Kaste leid, aber ich hab auch noch eine 3e Kaste. aber die hab ich auch gehalten. Ich hab dich noch eine 1e Kast, Die steht in der Wohnkamer Der nächste Part in Sachen Siegerehrung steht an Und das jetzt mit einem ganzen Block an Ehrungen Den wir natürlich jetzt sehr gerne vornehmen würden Und werden Und beginnen in der Kadetten Männlich bis 33 Kilo Der zweite, dritte Platz Naja 3B oder wie auch immer 3.1 vom Felberter SG Flavio Spano Der andere drittplatzierte Den können wir jetzt leider nicht mehr mit drauf nehmen Der ist nämlich schon nach Hause gefahren Jason Ebert, bestell ihm schöne Grüße von uns Und nochmal herzlichen Glückwunsch Hängen Sie ihm direkt um und hat er zwei Nein, war ein Scherz Kommen wir zum zweiten Platz Und da werden wir jetzt wahrscheinlich ein Novum im Taekwondo Sport erleben Wir sind bei den männlichen Kadetten angekommen Und werden gleich eine weibliche Person auf dem Podium drauf haben Nämlich auch stellvertretend Wir sagen vom Choreo Sports herzlichen Glückwunsch an Job van Limpt Aber es gibt einen Ersatz Also Kommst du mit aufs Podium? Nö Doch jetzt schon Ja wenn dann geht drauf Wenn du schon übernimmst Dann darf sie jetzt auch gleich dann So jetzt haben wir das auch geklärt Also Kommt wir dann zum Sieger In der Kadetten Männlich bis 33 Kilo Vom TKD Swistal Herzlichen Glückwunsch Evangelos Kukuzudis Das sind also die drei Sieger Der Kadetten Bis 33 Kilo Männlicher Art Wir arbeiten noch dran Herzlichen Glückwunsch an euch Und ihr genießt bitte nochmal euren Applaus Wir blicken hinein in die Klasse der Senioren Männlich bis 54 Kilo Und beginnen beim Zweitplatzierten vom VfL Lindorf Abteilung Taekwondo Herzlichen Glückwunsch Dennis Güßling Er hat sich übrigens heute Morgen noch beschwert Und hat gesagt Oder vielmehr vorhin noch beschwert Und hat gesagt Heute Morgen hätte ich noch drei Kilo zulegen können Da waren es 51 Auf der Waage Deswegen bis 54 Kilo Der Sieger Vom TS Wuppertal Herzlichen Glückwunsch Und aufs Podium Jetzt wird's kritisch Akram Ulat Ben Taimuth War richtig oder war falsch? Hat gepasst Das also sind die beiden Sieger Senioren Mellich Bis 54 Kilo Glückwunsch an euch Danke für die Teilnahme Und auf ein baldiges Wiedersehen So wir machen nochmal ein ganz kleines bisschen Bitte Schritte Weil sonst wird's hier Ein bisschen zu eng Beginnen auf den zweiten Platz In der Senioren Männlich bis 80 Kilo Vom BSV Jetta Stadthagen Herzlichen Glückwunsch Rang 2 Dilbred Baines Baines oder Baines Naja Das war dann doch Baines Okay Somit gibt es einen Den wir jetzt auf die 1 stellen Ebenfalls Nämlich als Teamkollegen Vom BSV Jetta Stadthagen Unser Glückwunsch an Lars Nelke Bei dem Namen konnte ich jetzt nicht so viel falsch machen Ich sag's dann jetzt mal ohne Hallenbeschallung Das ist nur der Livestream Für den wir jetzt hier sprechen Aber danke für den Hinweis Die beiden Laufsieger Also Laufsieger Die beiden Sieger Bei den männlichen Bis 80 Kilo Senioren Die beiden Teamkollegen Achso jetzt drehen sie auch noch rum Guck mal Jetzt hättet ihr auch die Pokale Und die Medaille vertauschen können Oder Glückwunsch an euch Ihr genießt bitte euren Applaus Wir blicken auf die Jugend C Männlich bis 35 Kilo Und dürfen hier Aufrang 2 aufrufen Vom TUS Pellicke Herzlichen Glückwunsch Arjan Hanotovic Guck mal Vanessa Ihr seid auf Augenhöhe Der Sieger In der Klasse Jugend Männlich Bis 35 Kilo Jugend C Vom Fellbörter SG Herzlichen Glückwunsch Noel Poletnik Auch hier stehen also Unsere beiden Klassensieger Jugend C Männlich Bis 35 Kilo Schön dass ihr mit dabei wart Herzlichen Glückwunsch Und ihr genießt bitte nochmal Euren abschließenden Applaus Für alle die jetzt im Livestream gerade dabei sind Der kleine Mann der sich gerade vorne quer ins Bild gestellt hat Das ist übrigens Stefan Gottschalk Das ist derjenige der für diese ganze Veranstaltung hier die Pressearbeit gemacht hat Den haben sie jetzt nur von hinten gesehen Ändern wir gleich Wir nehmen den gleich mal bildlich mit nach vorne Also Glückwunsch an euch Ihr dürft von der Bühne runterkommen Und wir blicken Auf die Junioren Männlich Bis 45 Kilo Ich lass mich auch Über Tünchen Kein Problem Also zweiter Rang Den wollen wir jetzt dann gerne aufrufen Vom Sporting Taekwondo Herzlichen Glückwunsch Maxim Becker Solltet ihr Langeweile haben Danke Ihr dürft auch gerne mitklatschen Das ist kein Problem Auch beim Aufrufen Und damit kommen wir zum Sieger Bei den Junioren Männlich Hier gibt es einige Fans da oben Aber die beziehen sich auf Matte Nummer 3 Ich rufe dich noch auf Warte Also Sieger dieser Klasse Vom TS Wuppertal Herzlichen Glückwunsch Georgios Keizatis Auch das also Eure Laufs Eure Sieger Aus der Klasse der Junioren Männlich Bis 45 Kilo Danke an euch Herzlichen Glückwunsch Und danach dürft ihr jetzt Vom Podium Dann runterkommen Vielen Dank Also gegen Finalkämpfe anzureden Ist schon echt schwierig Wenn dann einer auch noch die Hallenbeschallung anmacht Dann wird es noch schwieriger Junioren Weiblich Bis 63 Kilo Vom ETSSV Auf Rang Nummer 2 Herzlichen Glückwunsch Claudia Tschigowsk Tschigowsk Das steht da nicht Da fehlt ein A Dann herzlichen Glückwunsch Claudia Tschigowska Aufs Treppchen Auf die 2 Wenigstens stehe ich jetzt nicht so ganz wie der Deplination da Weil wirklich der Buchstabe fehlte Demnach kommen wir zur Klassensiegerin Und das ist die Teamkollege vom ETSSV Herzlichen Glückwunsch Aufs Podium Säbler Alkürs War das wenigstens richtig? Gut Das also sind Ihre und eure beiden Klassensiegerinnen Junioren Weiblich Bis 63 Kilo Mal gucken wer jetzt lauter ist Wieder oben oder wir hier unten Herzlichen Glückwunsch an die beiden Ihr seid dran Okay der Punkt geht jetzt noch an die Tribüne Das Ende war aber jetzt Denn jetzt haben wir Bis hin zum zweimal Platz 3 Und wir beginnen Hoffentlich dann jetzt auch anwesend Vorhin war sie glaube ich noch nicht da In der Kadetten Weiblich bis 33 Kilo LSG Taekwondo Team Herzlichen Glückwunsch Dilara Arslan Da ist sie Da ist sie Wunderbar Die andere drittplatzierte die wir aufs Treppchen nehmen vom Taekwondo Club Ingelheim Herzlichen Glückwunsch Zoe Klump Wir wechseln die Seite des Podiums Wir wechseln die Seite des Podiums kommen zu Rang Nummer 2 Taekwondo Club Ingelheim Herzlichen Glückwunsch Uliana Schwarz Und da bleibt ein Platz noch frei und das ist der in der Goldmitte Rang 1 Klassensiegerin vom Sporting Taekwondo Herzlichen Glückwunsch Emily Kunz Das also sind die Klassensieger der Kadetten Weiblich bis 33 Kilo Schön dass ihr mit dabei wart Herzlichen Dank Wir sagen herzlichen Glückwunsch Und ich glaube ihr kriegt nochmal einen Applaus bitte für die hier unten Somit also kurze Pause und gleich die nächsten Ehrungen Ich hab dir jetzt im Moment nur noch nichts zeigen Mehr noch nicht Jürgen 10, 29 Wurde ich noch machen oder nicht? Nee, eigentlich nicht Wir haben eigentlich immer so die Reihenfolge genommen Wenn die Gruppe komplett war Haben wir sie geehrt Wenn wir die Listen schon hatten Also wenn der Rest bei mir war Ja Sehr scheiße Also bist du ein Komplett nachmachen Hallo, warte Ja Okay, danke 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 Danke